Nach dem Abstieg des Fiebers ist da eine Änderung im Wüsten der Fall. Es ist das gleiche in den letzten drei Tagen. Es ist keine Änderung im Wüsten, der folgt auch nicht nach der alopatischen Medizin. Sie erhustet ungefähr alle zehn Minuten und jedes Mal, wenn Sie erhustet, kommt es mit einem blauen Geräusch. Aber auch ein Geräusch. Und jeder Wüstenanfall hatte zwei, drei Stöße. Sie ist ruhig. Ist das die normale Situation oder ist das wegen des Problems? Ich denke, Sie ist ruhig, weil es ein neuer Ort für Sie ist. Und sonst würde es umhergehen. Wie ist der Appetit während der letzten drei Tage? Erst war es okay, aber während der letzten sechs Monate ist es nicht besser geworden. Wie lange ist es schon her, dass Sie Wüsten und Erkältung hatten? Die letzten drei, vier Monate. Wie viele Monate haben Sie in den letzten vier Monaten Wüsten oder Erkältung gehabt? Ein- bis zweimal im Jahr. Welche Medizin haben Sie Ihnen gegeben? In wie vielen Tagen hat sie sich erholt? Fieber ist nach zwei bis drei Tagen. Maximal im Jungen Tag. Hat es sonst eine Veränderung gegeben? Im Gegensatz zu vorherigen Problemen? Während der Fieberzeiten bleibt sie still und schläfrig. Also bitte, Herr Nels, still und schläfrig. Und sie möchte nah bei mir bleiben. Möchte sie nur nah bei Ihnen bleiben oder möchte sie betragen werden? Sie mag es, betragen zu werden. Und was vorzucht sie, bei Ihnen zu bleiben oder beim Vater? Mit mir. Sie will nicht umhergehen und sie bevorzugt, sich hinzugehen. Sie liegt nicht gern auf dem Bett, sie liegt auf mir und möchte betragen werden. So, this is also a very good condition for portentinelle Zeit, durch hier auf der Schulter und in der Mitte. Das ist besser. In der Schulter gehalten, die freiwillig werden. Auf der Brust herunter, das ist ein schönes Wort für der Teller. Sie erlaubt mir nicht, was zu kochen. Und Sie möchten während des Problems auch nicht bei Ihrem Vater bleiben. Und was ist für die Zeit, wenn Sie arbeiten müssen oder irgendwas zu tun haben? Wie bekommen Sie das hin? Ich mache es, während ich Sie trage. Die Mutter wird, das Kind wird manchmal, ja, gezwungen zum Vater zu gehen. Also, Mutter, was tun muss. Was möchte das Kind genau von Ihnen? Möchte sie nur gehalten werden oder hält sie sich selber? Oder hält sie sich? Sie mag es, an meiner Schulter zu liegen und dort weiterzumachen und sie hält nicht. Sie erlaubt mir zu arbeiten, wenn ich sie trage. Die Mutter muss die ganze Zeit mit ihr zusammenbleiben. Also, in diesen Tagen, jetzt habe ich beobachtet, dass Sie mit mir zusammenbleiben sind, die wirklich nicht ihren Vater. Sie möchte nicht schlafen. Und sie möchte alle Aufmerksamkeit von uns. Sie ist schüchtern. Nachts, wenn Sie schlafen, möchte Sie aufmerken. Und langsam, sie schlägt langsam ein, wenn Sie über meiner Schulter liegen. Nachts, wacht sie immer auf und siegen nach mir. Aber so bespricht. No, das ist ein Wunschung. Wie ist der Vater? Perfekt mit dem Mutter. Das ist komfort, bitte. Mit dem Vater, Frau Wierke, der Wunder. So, this is about, was I didn't actually, my mother to tell you about. This is how it sounds about with their children, they're involved. So, I finished now, Dara. Hope to see you again. Nachts, Attila. Nachts, Nachts! Was, with Vielen Dank.